Heute werde ich einfach mal einen brennenden Zug gegen Thomas die Lokomotive antreten lassen wird. Wer gewinnen wird, Freunde, seht ihr am Ende des Videos. Wenn ihr euch sehr, sehr will, dass ihr gerne ein Like und ein Abo dafür habt, mehr Battlesimulater folgen und jetzt viel Spaß. Bevor wir natürlich ans Eingemachte gehen, zeige ich euch erstmal, wie es aussieht, wenn wir gegen eine 5-köpfige Hydra kämpfen. Und zwar ist hier nicht nur eine 5-köpfige Hydra, sondern auch noch diese, wie heißen diese Dinosaurier nochmal? Brontosaurus oder so, die mit diesem Schwanz sind, da haben wir noch ein paar Skelette. Und natürlich die 5-köpfige Hydra, insgesamt haben wir 400 Dollar zur Verfügung. Würde ich sagen, platzieren wir einfach mal so ein paar Soldaten hier vorne, hier so ein paar Ritterkämpfer. Hier, komm, die sollten doch eigentlich gut antreten können gegen die Hydra, oder nicht? Davon nehmen wir einfach ein paar, dann nehmen wir, haben wir auch welche auf Distanz... Ne, guck mal, wir haben keine Bogenschützen. Ja, das könnte ein bisschen problematisch werden, sag ich mal. 300 Dollar haben wir ausgegeben, dann hier hinten nochmal so ein paar Sperrkämpfer, so. Und dann bin ich gespannt, wer hier gewinnen wird. Oh mein Gott, oh mein Gott, was? Tracer haut den an und, Alter, wie soll ich das denn sch... Warte mal, die sind ja übel schnell down, die Dinos. Guck mal, wie die den verkloppen hier, den Dino, den Arm. Guck mal, wie die den kaputt hauen. Alter, und hier die ganzen Skeletten, oder was? Und jetzt ist da noch die Hydra am Start. Wir können auch mal nachgucken, wie viel Leben die noch hat. Okay, die Hydra, die haben noch alle... Oh, da kommen meine ganzen Ritter angekämpft und wollen alle fighten. Okay, okay, es könnte sein, dass ich das jetzt verlieren, aber ich habe schon eine Idee für die nächste Runde gleich. Oh, aber ich sehe viele... Wow, ich sehe viele rote Balken auf jeden Fall. Aber grundsätzlich hat die Hydra auf jeden Fall noch ordentlich Leben. Ein Kopf ist tot schon, oder? Ja, ist auf jeden Fall schon... Der Kopf da unten ist schon tot. Und die anderen Köpfe haben auch noch kaum was. Kriegt er die noch down? Oh nein, guck mal, wie wir nicht leben. Also wir haben noch ein Skelett. Die Skelette sind ziemlich stark, ne? Okay, von Hydra leben noch drei Köpfe davon. Einer fast tot. Ja, okay, okay. Also wir müssen noch mal eine andere Taktik ausprobieren. Als andere Taktik habe ich mir gedacht, wir platzieren einfach hier in der ersten Reihe mal so Soldaten, so Römer oder so, mit so Schildern. Die können dann sozusagen sich so denken, so, hier kommt ihr nicht vorbei. Dann nehmen wir als zweite Reihe hier so ein paar Pferde, die dann so ein bisschen Aggro machen. Und hier ganz hinten nehmen wir mal so die, weißt du, das grobe Volk, sage ich mal. Nehmen wir mal sozusagen so ein paar Axtkämpfer und dann nehmen wir hier inzwischen noch mal so ein paar Schwertkämpfer. So, haben wir unsere vielen Dauerpass ausgegeben. Und lassen wir uns erstmal fighten. Hier, also zuerst diese. Oh Gott, die Pferde, die Pferde. Sag mal, hier, der reitet... Oh mein Gott, das Pferd ist ja auch nicht am Treten hier, ne? Okay, okay, okay. Okay, da kommen die Pferde angelaufen hier, die ganze Armee. Wen wollen die denn auf? Boah, guck mal, wie die da reinlaufen in die Hydra. Alter, das fängt ja auch ein bisschen zu lenken hier, sag mal, ne? Aber guck mal, oh, da nimmt die Hydra den. Ja, okay, die Dinos sind auf jeden Fall schon mal down. Das ist schon mal gut. Skelette auch down. Letzte Armee gegen die Hydra. Und da kommen sie alle angelaufen. Bam! Sie hauen auf die Köpfe ein. Sehr schön, sehr schön. So will ich das sehen. Guck mal, wie die Hydra hier die Pferde... Die Pferde legen einfach die Hydraköpfe ab, ne? Wie viele Köpfe sind schon down? Zwei Köpfe schon down? Ne, drei Köpfe schon down. Was? Ich hab's! Alle Köpfe down. Ja, so will ich es doch sehen. Die Hydra haben wir auch besiegen, Freunde. Sehr schön. Und gerade mal mit 400 Dollar. Let's go. Auf der nächsten Map haben wir jetzt hier einfach so Käfer am Start. Wie heißen die? Ich glaube, hier ist ein Maikäfer oder sowas. Haben wir hier noch so Ameisen, so Spinnen und so. Okay, okay, okay. Also, was lassen wir gegen diese Viecher antreten? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Gorose Giant. Zwei Stück. Gucken mal, ob die beiden, ob die das überleben. Oh mein Gott, guck mal, der nimmt die Spinne einfach mal so am Hals. Und denkt sich so, was? Der ist ja direkt tot. Ach, der wird vergiftet oder sowas, ne? Guck mal, der... Stimmt, der wird vergiftet. Okay, okay, okay. Also, die Spinnen haben auf jeden Fall Gift in sich. Also, Giftspinnen sind es. Das heißt, ich hab so eine gute Idee, Freunde. Pass auf, wir haben 500 Dollar zur Verfügung. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine Armee von diesen Affen hier. Die schmeißen nämlich mit ihrem Kot. Und dann explodiert das auch noch so. Die brauchen wir. Die sollen ein bisschen auf Range die Leute wegholen. Und die hier, die Affen hier vorne, sollen jetzt sozusagen so ein bisschen die ganzen Käfer ablenken. Während die anderen Affen mit ihrer Scheiße schmeißen können. So. Okay, also so viel dazu. Dann können wir nochmal gucken. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, Dynamit an den Affen zu platzieren, würde ich sagen. Lasst euch einfach mal hier an den Affen auf ganz entspannt so ein bisschen Dynamit platzieren. Dann dürfen die auch nicht ganz so nah beieinander stehen. Eigentlich sollte das gut funktionieren. Und dann auch hier hinten, weil so viel Geld haben wir... Ah, okay, das kostet auch ziemlich viel eigentlich. Nehmen wir hier hinten auch nochmal so ein, zwei. So. Jetzt haben wir sogar gar kein Geld mehr, sehe ich gerade. Okay, pass auf, wir versuchen es einfach mal. Bam, okay, erste Reihe haben wir schon mal gut weggeholt. Und warte mal, die Affen sind alle tot. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe das... Ich glaube, ich habe die zu nah beieinander oder so gespawned. Also nochmal. Wir nehmen hier hinten ein paar Projektilaffen. So. Okay, ich bin gespannt. Bam, okay, die Affen, ja, sehr schön. Die explodieren hier auf jeden Fall. Sehr gut, es leben noch ein paar Tiere. Sehr gut, die werden auf jeden Fall... Oh, hier vorne, der Käfer. Sehr schön. Oh, aber der hat ganz schön viel Leben, der Käfer. Guck mal, wie er mit seiner Klaue ankommt. Was lebt hier noch? Sag mal, was war das denn für ein Geräusch gerade? So, der Affe wurde runtergestoßen. Okay, okay. Ja, es lebt also nicht mehr ganz so viel. Sag mal, hier, guck mal, wie er den da hat. Da kommt die Ameise und damit holen sie sich die letzten beiden Affen. Alles klar. Aber ich weiß, dass ich falsch gemacht habe, diese Runde. Und zwar ist nämlich... Das sollte reichen jetzt, oder? Ja, wir probieren es einfach mal aus. Bam, die Mega-Explosion war am Start. Hier sind alle Affen down gegangen. Okay. Ja, aber auch das bringt hier anscheinend nichts, oder was? Nee, das bringt nichts. Hier die Spinne einfach mal komplett. Ciao, ciao. Was haben wir hier oben noch? Ja, nee, das war's. Alle Affen tot, Freunde. Also, wenn ihr eine gute Taktik-Idee habt, schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ab zur nächsten Map. Wolltet ihr schon immer mal sehen, wie es aussieht, wenn ein AT-AT gegen... Oh Gott. Gegen den King kämpft, Freunde. Ich platziere den King. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ihr wisst, dass der King mega, mega stark ist. Und der AT-AT... Sag mal. Der fängt ja fast schon an rumzufliegen, aber der... Oh, der King, der bekommt hier auf jeden Fall ordentlich Damage, ne? Ich sag euch. Nur ein Angriff von dem King. Oh mein Gott. Der AT-AT ist einfach ausgewichen. Und alles klar. Eine Rakete von dem King und der AT-AT einfach komplett explodiert, Freunde. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt immer noch kein Tier in diesem Spiel, was einfach stärker ist als der King. Der King gegen viermal Thomas die Lokomotive. Wer wird gewinnen, Freunde? Guckt ihr euch an, wie es hier angefahren kommt. Und der King... Oh, der kassiert... Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Der King wurde geholt von Thomas. Du willst mir sagen, dass Thomas stärker ist als der King? Das muss ich nochmal ausprobieren. Also, ist denn... Jetzt gerade hatten wir vier Thomas. Wir nehmen jetzt mal einen Thomas. Ja, es kann sein, dass es halt die Masse war, sozusagen, die den King gekillt hat. Aber, guck mal. Alter! Ich weiß ja nicht, was der für ein Geschütz hat, aber das haut den King auf dir. Thomas ist einfach stärker als der King! Oh mein Gott, wie krank ist das denn, Freunde? Wir haben so viele Runden gespielt, wo einfach jedes Monster verloren gegen den King. Und jetzt gerade so random einfach mal Thomas gewonnen gegen den King. Na, da bin ich nochmal gespannt, wie stark Thomas gegen King Kong ist. Und zwar nicht den normalen, sondern der Upgrade in so einem Kostüm. Und ich bin gespannt. Er hat auf jeden Fall so eine starke... Wow, was? Alter, Thomas! Einfach die stärkste Maschine im ganzen Spiel, oder was? Okay, einen muss ich noch ausprobieren. Sagen wir, Thomas kämpft einfach mal gegen... Lass einfach mal Thomas gegen so eine mutierte Schildkröte hier. So, komm. Oh, okay. Ich muss zwei Armeen machen. Das ist natürlich kein Problem. Dann machen wir einfach mal Thomas gegen die Schildkröte. So. Und Abflug. Drei Stück auf einmal. Alles klar. Die haben ja original gar keine Chance. Thomas holt hier mal One-Hit. Und da fliegen die Panzer. Alles klar. Also, Freunde, wir müssen Thomas gegen den brennenden Zug fahren lassen. Ich glaube, Thomas weiß gar nicht, was auf ihn zukommt, Freunde. Wir haben hier einfach jetzt mal den Zug aus den Schienen genommen. Und lassen ihn einfach mal so fahren. Gleich kommt natürlich nochmal der Zug, der in den Schienen ist. Und natürlich nochmal zehnmal so schnell ist wie dieser hier. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Der Zug fährt gegen Thomas. Und... Ja, es war ja klar. Ja, der Zug stoßt. Tschüss, einfach Thomas. Einfach nur runter. Und damit gewinnt der Zug diese Runde. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn wir Zug gegen Zug kämpfen lassen? Geht das überhaupt? Wow, was? Zug gegen Zug? Was passiert hier? Nee, ne? Okay, beide Züge sind auf jeden Fall down, Freunde. Aber es ist auf jeden Fall unentschieden. Ist ja auch klar, die sind beide gleich stark. Die Train Crash Map ist am Start. Da vorne wartet schon der Zug auf seinen Einsatz. Hier hinten platzieren wir wieder unser Monster. Und lasst uns mal mit dem King anfangen. Ja, bevor wir gleich Thomas nehmen. Wir ziehen den King. Ich starte. Da kommt der Zug angeballert. Da ist der King. Er weiß noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Und was? Wie? Wo ist der? Der King ist... Löst sich in 1000 Teile auf. Na gut, alles klar. Der Zug hat ihn einfach nur runtergestoßen. Auf easy. Ein King schön und gut. Aber wie sieht es aus, wenn wir viele Kings haben? Sagen wir einfach mal so 5 Stück oder so. Wie sieht das aus? Wir gucken einfach mal. Oh mein Gott. Der Zug kommt angeballert. Und... Boop! Was es lenkt? Oh mein Gott. Ich kann es gar nicht mehr sehen. Es hat 1 FPS oder so. Guck mal, wie der Zug da langpist. Ja, und es ist das, was ich dachte. Der Zug stößt auch alle von diesen Monstern runter. Also kein Monster, was jetzt genau gegen den Zug ankommt oder so. Nehmen wir mal ein bisschen was Größeres. Und zwar King Kong und nochmal King Kong und nochmal King Kong gegen den Zug. Okay, wir gucken von hier. Und... Zug kommt angeballert. Boom! Und ballert durch. Erster King Kong ist oben drauf. Sag mal, was... Oh, der Zug kommt ein bisschen ins Schocken. Hat einen runter und hat den dritten auch noch runter, Freunde. Ne, hier geht nur noch eine Sache. Und zwar Zug gegen Thomas. Den Zug. Zug gegen Thomas. Die Lokomotive. Ich platziere direkt mal 3 Stück, weil ich nicht genau weiß, wie die reagieren werden. Und die wehren sich auch. Die wehren sich auch und zerstören den Zug. Zug, Freunde, das muss... Warte mal, das muss ich nochmal probieren mit einem einzigen Thomas. Ein einziger Thomas gegen den Zug. Er ballert drauf. Er ballert drauf und zerstört ihn auch. Also ich sag euch ganz ehrlich, nicht nur, dass Thomas den King zerstört hat. Nein, er zerstört auch einfach noch den Zug, Freunde. Gegen Thomas hat anscheinend niemand eine Chance. Wenn ihr einen Monster kennt, was gegen Thomas gewinnen würde, dann schreibt mir auch immer gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne weitere Spielvorschläge in die Kommentare, Freunde. Tut mir jetzt einen Gefallen, Freunde. Gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Checkt gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Ich wünsche euch einen monatlichen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.